Das heutige Horoskop, vage 31. Oktober 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Spüren Sie, wie der sexuelle Hunger heute Ihren Geist und Ihre Lenden verzehrt. Sie werden an nichts anderes denken können. Mit solch einer knisternden Energie, die durch den Himmel flackert, können Sie Freunde, Feinde oder Ihren Lebensgefährten bezaubern. Während Merkur durch den Himmel schwebt, wird er die Hitze des Verlangens spüren, wenn er sich in perfekter Konjunktion mit dem mächtigen Mars, dem roten Planeten des Sex und der Leidenschaft, vereint. Dies ist der perfekte Moment, um Kontakte zu knüpfen und Kontakte zu knüpfen, wenn Sie jemanden kennenlernen möchten. Wenn Sie sich dazu verpflichten, verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit sexy Worten und dem Fleisch des anderen. Wenn Sie jedoch das Gefühl haben, angefeuert und provoziert zu sein, sollten Sie das nicht ins Wanken bringen. Welche finanzielle Entscheidung könnten Sie heute treffen? Wenn Merkur im Skorpion und Mars im Skorpion eine Konjunktion haben, besteht möglicherweise die Möglichkeit, Maßnahmen zu ergreifen und Ihre finanzielle Situation zu verbessern. Während sich die nachdenkliche Konjunktion entfaltet, wird Ihre Finanzstrategie möglicherweise konkreter. Möglicherweise sind Sie entschlossener, eine neue Chance wahrzunehmen, etwa einen Job oder eine Nebenbeschäftigung. Sie könnten sich auch sicherer fühlen, wenn Sie Ihr Budget überarbeiten oder sich mit einem Finanzberater treffen. Zögern Sie in jedem Fall nicht, während dieses Transports Ihre finanzielle Lage zu verbessern. Während der gestrige Vollmond in Ihrem Finanzsektor für Aufregung sorgt, gibt es immer noch viel Energie und Konkurrenz zwischen beiden Seiten des Finanzzauns. Dies geschieht unabhängig vom Vollmond, aber gleichzeitig verstärkt es die Auswirkungen einer Ausrichtung zwischen Merkur und Mars in Ihrem Einkommensbereich und deren Kollision mit Jupiter in Ihrem Finanzsektor und erhöht gleichzeitig das Potenzial für einen Durchbruch. Ihr Aufstieg wird manchmal durch die Inspiration einer guten Aussicht erleichtert. Die heutigen Planetenenergien verbessern Ihre Fähigkeit, das Glas halb voll zu sehen oder die Schönheit Ihrer täglichen Umgebung zu sehen. Verbessern Sie, was Sie für Ihre Gesundheit tun, indem Sie sich die Zeit nehmen, zu bemerken, was Ihnen daran gefällt, sich gesund zu fühlen. Beachten Sie, wie Sie sich fühlen möchten und versuchen Sie, diesen Zustand durch Ihre Ernährung und die Häufigkeit Ihrer körperlichen Betätigung zu fördern. Dies ist ein Tag, der besonders offen sein wird und Aktivitäten im Bereich Kommunikation und Kreativität begünstigt. Die Art und Weise, wie Sie sich ausdrücken, wird von größter Bedeutung sein, vergessen Sie nicht, dass Worte immer eine grundlegende Wirkung haben. Machen Sie Projekte für die Zukunft, denn dies wäre eine besonders gute Zeit dafür. Abgesehen davon, dass Sie ein paar Worte mit Ihren Nächsten sprechen, sollten die Dinge in Ihrem emotionalen Leben konstruktiv sein. Sie kommen in eine Phase des Friedens und des Optimismus. Nutzen Sie dies und quälen Sie sich nicht mehr mit Belanglosigkeiten und unpassenden Kommentaren. Gerade als die Sonne Ihr erstes Wochenende in Ihrem Einkommensbereich verbringt, ist der Mond nicht nur in Ihren Finanzsektor zurückgekehrt, sondern auch als Vollmond, der ihn in den Schatten stellt. Es ist ein Gegensatz zwischen Sonne und Mond, der den heutigen Vollmond hervorbringen wird, etwas, das schon immer beide Seiten des Finanzzons mit Energie versorgen sollte. Da Merkur und Mars jedoch in ihrem Einkommensbereich auf einer Linie stehen und beide in ihrem Finanzsektor im Gegensatz zu Jupiter stehen, bringt dies ein Streichholz in eine ohnehin schon brisante Situation. Doch ungeachtet etwaiger finanzieller Spannungen, die dadurch entstehen könnten, ist dies eine Chance für einen Durchbruch auf beiden Seiten des Finanzzauns. Der Abschied des Mondes aus Ihrem Beziehungsbereich in den letzten Tagen hat Ihnen ein besseres Gespür dafür vermittelt, was Sie von Ihren Beziehungen erwarten und was Sie von ihnen brauchen, aber auf eine viel klarere und selbstbewusstere Weise als bei den letzten Besuchen. Diesmal gab es nicht den Druck, die Anspannung oder die Komplikationen der Vergangenheit. Dadurch sind Sie emotionaler engagiert und haben die Chance, zuversichtlicher in die Zukunft zu blicken. Merkur und Mars treffen heute im Skorpion aufeinander und entfachen einen feurigen Gedankenaustausch, der Ihren schnellen Verstand herausfordern wird. Betrachten Sie diesen Tag als einen spannenden Kampf zwischen Ihnen und einem würdigen Gegner, bei dem Charme und Intelligenz Ihre stärksten Waffen sind. Der Wettbewerbsgeist kann dazu führen, dass einige von Ihrem gewohnten Charakter abweichen und möglicherweise egoistisches oder unhöfliches Verhalten an den Tag legen, während Sie eifrig Ihre Ziele verfolgen. Solange Sie ihnen jedoch immer einen Schritt voraus sind, können Sie nicht nur überleben, sondern auch gedeihen und erfolgreich sein. Im Hinblick auf Ihre Pläne ist es ratsam, Einkaufsausflüge zu verschieben, insbesondere solche, bei denen es um teure Artikel geht, die dazu führen könnten, dass Sie zu viel ausgeben oder die mit Ihrem Kauf verbundenen Risiken unterschätzen. Dieses Prinzip erstreckt sich auch auf andere Bestrebungen, die Sie möglicherweise haben. Impulsive Handlungen können zu einem höheren Preis führen, als Sie erwartet haben. Behalten Sie Ihre Finanzen im Auge, Sie sind verhandlungssicher und finden immer Wege zu Ihrem Vorteil. Der heutige Tag bietet mehr Möglichkeiten, daher ist es ein ausgezeichneter Zeitpunkt, neue Kontakte zu knüpfen, da diese sich in Zukunft als unschätzbar wertvoll erweisen könnten. Vertrauen Sie Ihrer Intuition, es wird Sie warnen, wenn etwas schief geht. Da der gestrige Vollmond im Stier immer noch die Atmosphäre beeinflusst, kann es schwierig sein, wichtige Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn keine unmittelbare Dringlichkeit besteht. Sie haben den Luxus, eine abwartende Haltung einzunehmen, insbesondere da der Mond morgen in Ihren Einkommensbereich eintreten wird, kurz bevor Venus, der Planet des Geldes, in Ihren Arbeitsbereich zurückkehrt. Dies ist ein gutes Zeichen sowohl für Ihre finanziellen Aussichten als auch für Ihre Karrierechancen. Himmel für heute Vor einer Woche zirrte der Mond Ihren Finanzsektor und markierte damit den Abschied des letzten Planeten, der in diesem Jahr Ihren Einkommenssektor passiert. Seitdem gab es eine Fülle an Erfahrungen und Informationen zu beiden Finanzthemen zu verarbeiten. Obwohl Ihre beiden Geldhäuser jetzt leer zu sein scheinen, haben Sie eine Fülle an Ressourcen, Weisheit, Rückblick und finanziellem Scharfsinn angehäuft, auf die Sie zurückgreifen können. Sie haben einen Punkt erreicht, an dem Sie die direkte Führung der Geldgötter nicht mehr benötigen. Während die Intensität des gestrigen Vollmungs in Ihrem Finanzsektor allmählich nachlässt, herrscht immer noch ein spürbares Summen von Energie und Rivalität zwischen den Bereichen Einnahmen und Ausgaben. Dieser Energieschub ist unabhängig vom Vollmond, aber wenn er mit ihm zusammenfällt, verstärkt er die Auswirkungen der Ausrichtung zwischen Merkur und Mars in Ihrem Einkommensbereich und stellt sie in Ihrem Finanzsektor gegen Jupiter an. Dieses Szenario erhöht das Potenzial für einen finanziellen Durchbruch. Es ist wichtig zu erkennen, dass Ihre Emotionen außerhalb Ihrer Kontrolle liegen. Machen Sie nach Möglichkeit eine Pause und meiden Sie unnötige Stressfaktoren. Vermeiden Sie es, Ihre Komfortzone zu verlassen. Suchen Sie stattdessen Trost in einer vertrauten Umgebung und verbringen Sie Zeit mit bekannten Gesichtern, bis Sie Ihre gewohnte Vitalität und Gelassenheit wiedererlangen. Nur wenige Tage nachdem Venus in Ihrem Einkommensbereich sowohl mit dem Mond als auch mit dem Saturn zusammensteht, hat sich das Blatt für den Planeten des Geldes gewendet. Heute bildet der Mond einen harmonischen Aspekt mit der Venus, verstärkt durch die zusätzliche Intensität des gestrigen Vollmonds, der ihn verfinstert. Diese himmlische Kombination folgt einer ähnlichen unterstützenden Verbindung mit dem Asteroiden Juno, der Königin des Engagements, und stärkt ihr finanzielles Selbstvertrauen und schärft ihr finanzielles Bewusstsein. Es ist eine vielversprechende Zeit für Ihre finanziellen Aussichten.